Ich werde meinen Test machen wie immer. Ich überlege mir 6 Testfragen und die Kinder sollen diese am Ende der Stunde auf einem Blatt Papier beantworten. Ich nehme den Test mit nach Hause und werde ihn korrigiert in der nächsten Stunde mitbringen. Das ist doch ziemlich altmodisch und aufwendig. Ich werde es diesmal lieber mit einem Online-Quiz versuchen. Derzeit ist ja Kahoot ganz aktuell. Damit können die Kinder an ihrem Handy Testfragen beantworten und ich sehe sofort, wer welche Fragen richtig beantwortet hat. Die Schüler lieben Kahoot und sie und ich haben sofort eine Rückmeldung. Ja, aber die ganze Technik. Jeder braucht ein Handy. Macht das unser WLAN überhaupt mit? Die meisten haben eh ein Smartphone und das WLAN ist auch ausreichend für unsere 19 Schüler. Überlege dir einmal, wie viel Korrekturarbeit ich mir spare. Wie lange brauchst du, um den Test zu korrigieren? Ich brauche schon fast eine Stunde und ich muss die Aufgabenblätter vorher kopieren. Aber wie lange brauchst du, bis du das Kahoot erstellt hast? Ich brauche schon auch mindestens eine Stunde, wenn ich es selbst erstellen muss. Aber in Kahoot gibt es so viele fertige Abfragen, da finde ich meistens etwas. Und die kann ich dann sogar noch ändern, wenn ich nicht zufrieden damit bin. Ich finde das dann aber auch schwierig, wenn ich diese Aufgaben bewerten will. Die Ergebnisse sind dann ja auch nur im Internet und man kann den Kindern die korrigierten Ergebnisse nicht weitergeben. Ja, das kann gut sein. Aber diese Form der Überprüfung ist auch anders gedacht. Die hat eher formativen Charakter und lebt davon, dass sie eben unmittelbar abgewickelt werden kann. Einen Semestertest würde ich auch nicht auf diese Weise machen. Ich denke aber schon, dass ein solcher Test ernst genommen wird. Der große Vorteil ist auch, dass die Kinder durch die rasche Rückmeldung eher einen Zusammenhang zu ihrer Leistung herstellen können. Am nächsten Tag wissen die Kinder ja gar nicht mehr, dass der Test stattgefunden hat. Ich weiß auch nicht. Ich fürchte einfach, dass hier leicht etwas schief gehen kann. Bei der ganzen Technik. Ich traue mir das irgendwie nicht zu. Das ist gar kein Problem. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Probiere das Werkzeug erstmal ohne Test aus. Du kannst damit beispielsweise während der Stunde einige kleine Umfragen zu verschiedenen Themen machen, ohne dass es gleich um eine Lernzielkontrolle geht. Auf diese Weise kannst du und die Kinder das System einfach und stressfrei kennenlernen. Okay, das klingt schon mal vernünftig. Wenn ich das aber nun einsetzen soll, würde ich schon gerne wissen, was das schlussendlich bringt. Gibt es irgendwelche Untersuchungen, die belegen, dass Kinder mit einem solchen Online-Test erfolgreicher oder nachhaltiger lernen? Hm, das ist leider nicht so einfach. Ich sehe zwar, dass das den Kindern und mir Spaß macht, aber niemand kann so einfach nachmessen, ob das wirklich die Effizienz erhöht. Aber immerhin erlebe ich zum ersten Mal in meinem Leben als Lehrerin, dass sich Kinder auf eine Lernzielkontrolle freuen. Das heißt, man weiß gar nicht genau, ob dieses Tool die Erreichung der Lernziele vereinfacht? Naja, vielleicht ist das eine gute Abwechslung. Danke für deinen Tipp. Ich werde mir das überlegen. Ja, vielleicht